hallo und willkommen zu einer weiteren folge von neotech so wir sind wieder da ich bin wieder drin so lassen wir gucken was ich überhaupt anfang gemacht hat stimmt da hinten haben wir im dorf ein bisschen feld haben wir ja genau haben wir hier unten angelegt schön also essen kommt dann auch hoffentlich bald gut mehr männer bisschen brot da geht das ich habe jetzt schon mal kurz reingeschaut absten kabel kabel generator gibt gibt es leider nicht schade haben wir gucken mal wo wir jetzt hier weitermachen können da bräuchten wir erst mal eisen für den hammer und hemd wächst ja noch also müssen wir uns über buddeln aha fünf eisen okay wie ist bei denen das rezept hast du normal okay das ist von just hammers just hammer so wie gehen die anderen hammer das wäre nämlich gut zu wissen geht sogar mit roheneisen haben wir gebraten war das fehlt eigentlich so gesehen in wandela minecraft auch okay mit drei diamanten hätte man schon den ok der wir haben teurer darum und dass man bis zum ofen machen apfel baum ist gewachsen die wir sind sich gut das muss man hier ein bisschen unten weg buddeln halt dass man auch an die äpfel dann rankommen und ich dann da steht ups kommen wir gar nicht mehr ran so schön naja man muss erst mal rufen stimmt hatte ich ja schon kohle wenn man die gleich was ok und gegen kann ich erst verwenden ok wort schämmers ausgleich wenn es tages eieieiei ok just der geht nur so mit rohen reisen ok es wird teuer aber naja gut übrigens wir brauchen übrigens hat sie noch nicht gewachsen schlimm dann müssen wir doch erstmal ein bisschen unser grundgerüst vom haus bauen so jetzt habe ich nicht gezählt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dann gehen wir noch zwei in die richtung machen wir 11 mal 3 4 5 9 10 11 mal gut zack aber steigen können wir ja brennen oder ja weil da würde ich dann am liebsten gleich noch so einen hammer draus machen weil holz oder so haben wir ja noch da brauchen wir den guten jetzt noch nicht verwenden ich habe es gesehen keine sorge können wir die slabs umcraften wieder hochsteigen geht es ok dann warten wir mal bis der stein durchgebraten ist holz habe ich dort schön cool 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 kann man den nämlich aufheben und steigen kriegen wir ja relativ gut ran so aha dann können wir da nämlich die weizen zusammen erstmal reinpacken die wir nicht über haben dann gucken wir mal wegen den Eisenerz gut das war bei modern industrialization und da brauchen wir schon Eisening jetzt ok noch mal schauen also müssen wir es doch aber wir brauchen Strings da hat man noch nichts gehabt schade der hat noch nicht gewachsen also müssen wir doch ein bisschen Mats holen schön machen wir es halt so gleich mal gucken ich höre schon wieder mobs ich höre schon wieder mobs und das schön ist bei denen kann ich es ja sogar sehen wie man wie viel ich aufgenommen habe weil bei sunken land dann tut es ja immer wieder wo wir erst sagen nö gut jetzt weiß ich warum ich vor uns gedacht habe ich kann jetzt nochmal jumpen aber da war ein slap anscheinend leuchten mal hier ein bisschen aus damit es nicht so damit es viele mobs wohnen können so alles klärschen machen wir f7 wieder aus erstmal ist schon eine weiter gewachsen schön major aber und sie müssen noch noch eins höher werden ja gehen wir mal kurz fische jagen manchmal lassen die auch ein bisschen knochenmehl droppen oder droppen die mal bisschen knochenmehl noch mehr ok ich habe einige nicht mitgenommen schade ich habe übrigens gedacht er hat hier ein bisschen strings aber nein gut dann wer nicht will der hat schon gucken ach schade keines bekommen kein knochenmehl sonst brauchen wir uns einfach einen komposter und hoffen dass wir mal ein paar strings bekommen wir haben ja einfach weizen zu haben da geht's dass wir noch ein bisschen vorankommen nur ein kleines bisschen wenn jetzt schon mal keine minecraft musik hat dankeschön auf das habe ich gewartet ah geht sogar 2 schön gut dann können wir uns jetzt den industrial hammer machen ja da machen wir die hier mal rein so und das war ja jetzt zack zack nicht der war so gut dann waren es hier heißen ok ok ich bin mal wieder cookies vor chammer da geht es halt los stahl oder eisen probiere ich mal was probiere ich mal was tiny dust und das ach du heiland das heißt wir müssen einiges minen gehen also können wir jetzt nicht mehr so lange schnacken ich mache mal noch eine kiste hier noch mal die hohen erz reinlegen ja dafür brauchen wir halt diese dann können wir sogar mit dem rucksack weitermachen aber die brauchen noch ein bisschen du hast doch ein knochenmehl nutze es ja mache ich doch schon keine sorge ok schön kriegen wir doch noch ein bisschen was hin da lohnt es sich doch schon langsam die äpfel sind auch schon fast reif sagt er hat noch nicht mal hingeguckt noch mal xp juu das dauert ein bisschen länger leder habe ich da dann fehlen aber noch 5,4 von denen schade das funktioniert nicht barrel und den hopper den hopper brauchen wir Eisen ok das dauert noch ein bisschen länger dann tun wir mal das erzmäßige rein das kann ja den zufolge dann auch nicht im ofen brennen ne ok also müssen wir jetzt meinen gehen dann haben wir jetzt sogar unbreaking 3 haben wir aber wir gehen mit unseren Eisenhammer runter machen wir uns noch ein paar wackeln ich räume mich mal vorher ein bisschen aus und jetzt sind wir gleich wieder vollgepackt ähm nö das tnt kommt da rein kaktus bekommen hm cookie naja den würde ich mitnehmen baustand und ein bisschen brot du das not das brot ja naja 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 dick hin 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 Hmm. Oha, kann wehtun. Jetzt haben wir den da, Salz. Ja, den Creeper lassen wir jetzt mal Creeper sein. Okay, wenn man shiftet, baut man bloß einen ab. Das sah jetzt so komisch aus. Was haben wir denn hier? Lead. Nehmt gleich mal mit. Nicht, dass dann wieder dasteht, sammle jetzt so viel Leadrohr, wie du nur kannst. Ich würde echt ungern runterfallen. Mal gucken, ob wir hier noch Eisen haben. Was haben wir denn hier? Zinn. Gleich mitnehmen. Spinies. Nickel. Da kamen sogar zwei raus. Da haben wir eigentlich hauptsächlich wegen Eisen hier. Und das ist schön, dass wir gleich so viel gefunden haben. Also gehen wir gleich mal hoch. Schön. Da hämmern wir die durch und dann schauen wir mal. F7 gleich wieder mal ausmachen. So, vorher gucken wir mal ins Questbuch. Also das. Und dafür brauchen wir halt wirklich den. So, wir brauchen für eine Heavyplate zwei. Also brauchen wir zwei, zwei, drei, vier, sechs. Ach, da. Storage walls. Und kiste. Sorts. Storing. Drei. Was. Pack. Okay. Okay. Halt. Halt. Aber wie nutzt man den? Muss ich den jetzt mal hier kurz einfach mal kurz reingucken. Ah. Cool. Aber wir wollten eigentlich hier warten. Da. Wir wollten kurz zählen. Also. Sechse. Zehn. Eisen. Wenn ich das mache, da geht es nicht. Jetzt haben wir gerade mal acht. Aber acht ist besser als gar nichts. So. Also. Werde ich dann noch ein bisschen. Wenn ich Zeit habe, meinen gehen und dann. Mal schauen. Vielleicht ist bis dahin auch unser Hanf gewachsen. Dass wir uns Hanf pflanzen, äh, Hanfsamen draus machen können. Nein. Ihr wisst schon. Ich komme nicht drauf. Den Rucksack. Da brauchen wir nämlich noch einiges. Gut. Also. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage erstmal an der Stelle. mit dem schönen Screenshot von unserem sehr gut gelungenen Haus. Hab ich irgendwas zum hochbauen? Anders sieht. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen. Kommentieren. Abonnieren. Liken. Macht's gut. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.